In diesem Teil meines Teams Crashkurses möchte ich dir die Möglichkeiten der Beurteilungskategorien vorstellen. Ich befinde mich hier in meinem Schulungsteam des Crashkurses und zwar im Bereich der Aufgaben. Nun möchte ich Beurteilungskategorien erstellen. Dazu klicke ich hier rechts oben auf das Zahnrad-Symbolen, es öffnen sich die Einstellungen der Aufgaben und hier unten in diesem Bereich gibt es die Noteneinstellungen. Die erste Option ermöglicht es, dass ich ein- und ausschalten kann, ob die Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten ihren Notendurchschnitt im Laufe der Zeit in der Registerkarte Noten angezeigt bekommen. Möchte ich das nicht, kann ich das hier deaktivieren. Nun kann ich noch gewichtete Benotungskategorien anlegen. Sobald ich hier diesen Schieberegler von aus auf einstelle, öffnet sich das Fenster für die Benotungskategorien. Ich kann hier nun meine benutzerdefinierten Benotungskategorien anlegen. Zum Beispiel Schularbeiten zählen in diesem Fall 50%. Teams zeigt hier auch immer an, wie viel Prozent noch verbleibend sind, da man natürlich insgesamt auf 100% kommen muss. Klicke ich auf Speichern, ist diese Benotungskategorie nun angelegt. Wechsle ich hier nun zurück und erstelle eine neue Aufgabe, kann ich diese Bewertungskategorien nun aufrufen. Ich möchte hier zum Beispiel die Leistungen der ersten Schularbeit dokumentieren. Erste Schularbeit. Und nun kommen wir schon zu einem wichtigen Punkt und zwar der Punkteverteilung. Wichtig ist es, dass jede Aufgabe innerhalb einer Benotungs- oder Bewertungskategorie die gleiche Anzahl an Punkten bekommt. Das bedeutet zum Beispiel hier bei den Schularbeiten, dass ich immer mit einer Punkteanzahl von 100 rechne. Hier würden sich natürlich Prozente anbieten. Haben unterschiedliche Aufgaben in einer Bewertungskategorie nämlich unterschiedliche Punkteanzahlen, fließen diese leider auch mit unterschiedlicher Wertigkeit in die Gesamtbewertung ein. Um das zu vermeiden, bitte in einer Bewertungskategorie daher immer die gleiche Punkteanzahl verwenden. Ich nehme nun also 100 Punkte und wähle die Bewertungskategorie Schularbeiten. Ich klicke nun auf Zuweisen und kann nach diesem Schema nun auch noch andere Aufgaben anlegen. Ich habe hier nun für jede Benotungskategorie eine Aufgabe erstellt. Gemeinsam haben wir zuerst die erste Schularbeit erstellt. Man sieht hier Kategorie Schularbeiten 50%. Dann die fünfte Hausübung zählt zu den Hausübungen mit 10%. Eine Kompetenzkontrolle zum Thema Gleichungen, schriftliche Mitarbeit 20% und die Mitarbeiterschulwoche 10 ebenfalls mit 20%. Nun geht es an die Benotung. Mein Testschüler hat zum Beispiel bei der Schularbeit 75% erreicht. Diese Aufgabe gebe ich nun zurück. Die fünfte Hausübung zum Thema Gleichungen hat er ganz ordentlich erledigt mit 90%. Gebe diese Hausübung nun auch zurück. Dann die Kompetenzkontrolle hat der Schüler leider nicht so gut erledigt. Hier haben wir dann 60%. Und zu guter Letzt haben wir noch die Mitarbeit in Schulwoche 10. Mein Testschüler arbeitet leider nicht wirklich aktiv mit. Er bekommt in diesem Fall 2 von 4 Punkten. Diese Maximalpunkte, die ich nun den Aufgaben zugewiesen habe, sind natürlich nur ein Beispiel. Es steht dir natürlich jederzeit frei, hier die Punkte so zu vergeben, wie es zu deinem Beurteilungssystem passt. Ich habe nun also diese Aufgaben zurückgegeben und wenn ich nun in den Bereich Noten gehe, sehe ich hier nun meinen Testschüler. Diese Durchschnittswerte für jede der einzelnen Kategorien werden nun gewichtet nach dem Beurteilungsschlüssel, den ich zuerst eingegeben habe und erhalte hier nun eine Durchschnittsbenotung von 68,5%. So ist es dir möglich, die Leistungen deiner Schülerinnen und Schüler wirklich genau in Teams zu dokumentieren. Ich habe jetzt in das Profil meines Testschülers gewechselt und dort in den Bereich Noten im Crashkurs. Der Testschüler sieht nun also, er hat vier Aufgaben zurückbekommen, einmal die Mitarbeiterschulwoche 10, die Kompetenzkontrolle Gleichungen, die fünfte Hausübung und die erste Schularbeit. Für den Schüler oder die Schülerin ist es nur ersichtlich, wie viele Punkte der Gesamtpunkte er bekommen hat. Es ist hier nicht ersichtlich, welche Gesamtnote er hätte bzw. wie viel Prozent der Gesamtpunkte er aktuell erreicht hätte. Das haben wir ja zuerst in dem Team deaktiviert. Ich habe jetzt wieder in die Lehrerumgebung gewechselt, gehe dort zu den Aufgaben und noch einmal zu den Einstellungen und aktiviere nun die Möglichkeit, dass meine Schülerinnen und Schüler diesen Noten- bzw. Punktedurchschnitt anzeigen können. Das Aktivieren dieser Einstellung würde ich dir allerdings erst dann empfehlen, wenn du schon einige Noten gesammelt hast. Wenn du zum Beginn des Schuljahres erst wenige Noten gesammelt hast, ist dieser Durchschnittswert nämlich nicht sehr aussagekräftig und kann bei deinen Schülerinnen und Schülern eventuell auch zu Verwirrung führen, wenn hier ein Wert angezeigt wird, der sehr stark von zum Beispiel einer vergessenen Hausübung beeinflusst wird. Nach meinem Wechsel in die Schülerumgebung und der Aktivierung des Durchschnittswertes in der Lehrerumgebung sieht der Schüler oder die Schülerin hier nun auch den Notendurchschnitt. 68,5 Prozent ist ihre Durchschnittsnote für Schulungsteam Crashkurs. Für uns Lehrerinnen und Lehrer gibt es noch eine zusätzliche Möglichkeit, wie man die Leistungen der Schülerinnen und Schüler anzeigen kann. Und zwar war es auch bisher schon möglich, Noten nach Excel zu exportieren. Dieser Export hat sich in der letzten Zeit allerdings stark verbessert. Ich exportiere nun diese Datei einmal. Ich habe diese Datei nun geöffnet und du siehst, dass sie einige Möglichkeiten bietet. Auf der linken Seite kann ich mit einem Klick auf die Aufgaben die einzelnen Aufgaben ein- und ausblenden. Möchte ich zum Beispiel nur eine Übersicht meiner Klasse über die Kompetenzkontrolle Gleichungen erhalten, klicke ich hier auf Kompetenzkontrolle Gleichungen und erhalte hier nur Ergebnisse zu dieser Aufgabe. Möchte ich nur zu einem bestimmten Schüler oder einer bestimmten Schülerin die Informationen erhalten, klicke ich hier auf den Namen z.B. Testschüler und erhalte so nun nur Informationen zu diesem Schüler oder zu dieser Schülerin. Du siehst also, Teams bietet inzwischen tolle Möglichkeiten, die Leistungen deiner Schülerinnen und Schüler zu dokumentieren. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Ausprobieren der Möglichkeiten der Beurteilungskategorien in Teams.